Liebeskummer kann wirklich dein ganzes Leben zerstören. Ich will dir keine Angst machen, du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten, da auch wieder rauszukommen, aber heute in diesem Video möchte ich dir sagen, warum Liebeskummer für dich schlecht ist und wie du da wieder rauskommen kannst. Zwei, drei Möglichkeiten, nach dem Intro geht es auch schon direkt los. Mein Name ist Timo Posowert, ich bin Coach für Persönlichkeitsentwicklung, ich arbeite sehr viel mit der Selbstliebe und dem inneren Kind, habe dazu auch jeweils ein Buch geschrieben, eins steht hier hinter mir, das andere findest du auch noch auf Amazon, das liegt gerade im zweiten Büro. Für mich ist es wichtig, dass du eins weißt, Liebe ist der wohl schmerzhafteste Prozess, egal ob es die Selbstliebe ist oder die Liebe mit einem Partner oder einer Partnerin und deswegen kann hier auch ganz, ganz schnell sehr viel schief gehen, weil wir gehen in Erwartungen, wir haben so unsere Vorstellungen von Liebe und wir wollen auch natürlich glücklich werden. Aber was ist das Glück in der Liebe überhaupt? Ist es Leichtigkeit, ist es geteiltes Leid, was auch immer. Und dann gibt es diesen einen Punkt, der die Liebe zerstört. Man geht fremd, man erlebt es, dass fremdgegangen wird, ohne Worte wird einfach der Kontakt abgebrochen und du sitzt da und weißt einfach nicht, was du jetzt tun sollst. Sehr schlecht und sehr beschissen, diese Situation und es ist da absolut auch schwer rauszukommen. Auch nach einer langen Beziehung, wenn man sich nur noch streitet und sich trennt, ist auch Liebeskummer da. Aber Liebeskummer an sich sagt ja nur, dass du den Kummer in die Liebe steckst. Der Kummer, der alltäglich in der Partnerschaft war, den steckst du jetzt in die verlorene Liebe. Also, wenn es dich vorher immer wieder gestört hat, dass dein Partner nicht den Haushalt machen kann oder nicht helfen kann, dann steckst du jetzt deinen Kummer in dieses verlorene Gut, was du jetzt auf einmal gutheißen würdest. Weil was passiert dann im Liebeskummer? Man ist sofort bereit, Kompromisse einzugehen. Kennst du das? Dass jemand vielleicht auch zu dir wieder angerannt kommt und sagt, ich verspreche dir, ich trinke nie wieder. So dieses aus dem Affekt heraus handeln oder vor allem sprechen. Dass das alles nur eine riesengroße Blase ist, die einfach noch nicht geplatzt ist, das sieht keiner. Auch Liebeskummer. Du denkst die ganze Zeit, du vermisst etwas, aber eigentlich ist es nur diese Veränderung, die in deinem Leben stattgefunden hat. Von heute auf morgen wird dein Alltag komplett verändert, weil 100% der alltäglichen Entscheidungen auf einmal wieder bei dir liegt. Weil du auf einmal für alles selbst einstehen musst und dich um alles selbst kümmern musst. Mit einem Kind macht es das Ganze natürlich noch viel, viel schlimmer, weil die Veränderung noch größer ist. Du musst erklären, aber du musst auch verarbeiten. Die Problematik dabei ist, das Leid ist schneller ausgesprochen wie das Ziel. Das Ziel ist natürlich deine Selbstermächtigung. Ich sage nicht, dass du nicht trauern sollst. Aber ich sage, sehe das Ganze doch als Chance, dein Leben aufzubauen. Vielleicht kommt ja der Ex-Partner oder die Ex-Partnerin wieder, wenn du in deiner Unabhängigkeit bist, was dich übrigens auch stärker macht. Aber Liebeskummer an sich hat immer drei Phasen davor. Die fehlende Kommunikation, das heißt, man ist nicht offen, man ist nicht gehört, man hat sich dafür entschieden, im Alltag zu leben. Die fehlende Emotion, du zeigst nicht mehr deine Gefühle, weil du nicht die Gefühle bekommst, die du dir wünschst. Und die fehlende Ehrlichkeit. Aber nicht zum Partner, sondern zu dir selbst. Du gestehst dir nämlich nicht ein, dass der beste Weg in diesem Fall eine Trennung wäre. Du probierst, zu kämpfen. Und du gehst immer mehr daran kaputt. Und genau das Spiegelbild machst du jetzt im Liebeskummer. Du beginnst zu kämpfen, weil du jetzt denkst, dass es falsch war, was du gedacht hast. Dass es falsch war, dass man auch mal dich sehen sollte. Und dass es falsch war, dass du dich nicht komplett aufgeopfert hast. Aber merkst du selbst schon, wie falsch das ist? Merkst du, wie falsch das ist, nicht bei sich selbst zu sein? Du bist der einzige Mensch in deinem Leben, der dir was zu sagen hat. Du entscheidest dich dafür, zum Beispiel arbeiten zu gehen, einen Arbeitsvertrag zu unterschreiben und dass du dann weisungsbefugt bist oder unterweisungsbefugt. Das heißt, du entscheidest dich selbst, ob du Chef bist oder Angestellter, Angestellte. Also lässt du dir auch gerne was sagen, wenn du dafür einstehst. Das heißt, es ist deine Entscheidung. Und wenn du das auch auf den Liebeskummer ableitest, kannst du auch hier entscheiden. Du kannst den Liebeskummer kürzer machen. Du kannst versuchen, eine Antwort zu bekommen. Wenn du merkst, der Gegenüber verschließt sich, dann war das schon Antwort genug und du solltest beginnen, dieses Kapitel abzuschließen. Wenn du aber merkst, dass da immer wieder Zeichen kommen, dann komm in deine Unabhängigkeit, vergess aber die Liebe nicht. Weil die Liebe, die geht immer am schnellsten. Obwohl sie das langwärigste ist, was es gibt. Und auch die moderne Welt bringt dich dazu, in den Liebeskummer zu kommen. Weil wie schnell hast du dir irgendwelche Balladen angemacht? Wie schnell hast du dir irgendeine Schnulzen-Filme ausgeliehen oder auf Netflix geguckt? Und wie schnell probierst du, bei anderen so viel Glück zu sehen, was du bei dir im Leben nicht siehst? Und jetzt komm ich ins Spiel. Willst du wissen, wie du das alles verändern kannst? Ich sag nicht, dass du nie wieder Liebeskummer haben wärst. Dann wäre ich ein absoluter Schwätzer. Ich sag auch nicht, dass es dir morgen schon wieder besser geht. Ich sag aber, dass du, wenn du eine Sache machst, langsam beginnst, in deine Unabhängigkeit zu kommen. Und das ist reden. Spreche aus, was dich belastet. Und du wirst merken, am Ende bist du nicht mehr im Liebeskummer, sondern du bist bei ganz anderen Themen angekommen. Und wenn es vielleicht die geringe Wertschätzung auf der Arbeit ist, die Wunde aus dem Elternhaus, irgendwas aus einer Vorbeziehung, du wirst merken, der Schmerz liegt nicht in dieser Beziehung und auch nicht in dieser Trennung. Der Schmerz lag einfach nur tief in dir vergraben. Und dafür bin ich da. Du brauchst bei mir gar kein großes Coaching buchen. Du kannst auch eine Einzelstunde dir zulegen. Du kannst auch sagen, ich möchte einmal im Monat mit dir sprechen, Team. Ich brauche einen neutralen Gesprächspartner. Sehe es als Gesprächstherapie. Als Coach für Persönlichkeitsentfaltung habe ich gelernt, dass es nichts wichtiger ist, wie wenn jemand Neutrales im Prozess mitarbeitet, damit du selbst deinen Außen reflektierst und der neutrale Mensch dich reflektiert, um dir zu zeigen, ob Selbstbild und Fremdbild übereinstimmen. Wenn du also sagst, hey, der Junge, der redet, was er denkt und der weiß, wovon er redet und Weisheit hat er sowieso mit einem Suppenlöffel zu sich genommen, bin ich sowieso so, dann schau unten in die Infobox, dort findest du meine Webseite. Auf meiner Webseite findest du natürlich die großen Coachings, aber auch die Einzelstunden. Nimm das, was für dich richtig ist oder kommentiere einfach Danke für dieses Video. Denn im Endeffekt geht es nur darum, dass du dich endlich mal wieder siehst und dich selbst auch wieder findest. Denn tief in dir drin unter dem ganzen Liebeskummer ist eine wundervolle Person und die sollte sich der Welt wieder zeigen. Neben den bekannten Kartenlegungen und der wundervollen neuen Line, die du hier bei mir finden kannst, gibt es jetzt auch die Stundenberatung vom Coaching und da kannst du dir hier ganz leicht entweder für das innere Kind, also hier die Selbstliebe oder eben das innere Kind, deine Einzelstunde buchen. Das Schöne ist, du kannst dich selbst eintragen. Man sieht im Februar schon alles voll. Sei auch du mit dabei, wenn es heißt, sich selbst entfalten. Und das Schöne daran ist, hier unten findest du dann auch noch den Zugang fürs ganze Coaching, wenn du sagst, das ist was für dich. Ansonsten gerne auch bei Büchern und Podcasts vorbeischauen, da findest du die Reise zu meinen Werken. Und jetzt viel Spaß mit dem Orakel.